Ja, Patricia, der schönen Aurenthalt hier in Bad Neuenahr geht leider für uns alle zu Ende. Und ich habe so ein, zwei, drei Fragen an dich. Und die erste ist, wie bist du überhaupt auf uns gekommen, beziehungsweise bist du überhaupt darauf gekommen, dass wir einen Versand haben, zum Beispiel für Heiderboxen? Ja, da habe ich ehrlich gesagt im Internet gesurft und habe eigentlich nach einer Stylebox, einer Fashionbox gesucht, die zu meinem Farbtyp, ich dachte, ich wäre der Wintertyp, passt, damit ich weniger Aufwand habe, weil Shoppen für mich einfach schwierig ist. Da habe ich ein Zeitproblem und finde, ich nehme die richtigen Sachen. Was hat dir an dem Service, wenn unsere Kleiderbox dann bei dir angekommen ist, immer besonders gut gefallen? Ja, die Kleiderbox habe ich im Prinzip ungesehen behalten können. Das war schon mal top. Das war genau das, was ich wollte. Es hat alles zusammengepasst. Ich habe obendrein noch Kombinationsmöglichkeiten aufgezeigt bekommen und es hat alles gepasst. Ich musste nie was zurückschicken. Das war perfekt. Das freut uns natürlich besonders, weil am allerliebsten haben wir, wenn die Kleiderboxen zu 100% bei unseren Kundinnen bleiben, was bei uns immer eigentlich der Fall ist.